Magie, Wald, oder was? Äh, nö. Warte ich hier noch nicht, oder was? Die sind verzauberte Leatherboots, oder sowas. Hm. Ja, warte ich anscheinend noch nicht. Auf jeden Fall ist ganz komisch. Moment, ich muss jetzt gucken, wo das war. Dann so aus, Sonny, dass wir da noch nicht waren. Ja, ich hab neun, äh, Köpfe. Und den willst du jetzt wohin packen? Den? Äh, das ist in der Nähe vom Dschungel. Okay. Oben, über Magic, oder was? Ja. Den will ich wohin packen. Den will ich wohin packen. Sag mal, du willst den gecaptured jetzt hinpacken. Minus... Minus 138. Äh, 438. Plus... Plus 489. Bei den können wir echt oben über die, äh... Wir gehen's machen. Ja, deswegen ja. Hast du noch die Zelle und so? Ja, ja. Dann bin das doch an. Dann stell ich dir das Drum dahin? Oder ich komm... Ah ne, ich brauch noch Blut. Ich muss mal ein Kristallhüter auffüllen. Für später. Warte mal, welche war denn höhere? Der Magic Hand, ne? Ja, muss ich eigentlich... Oder brauchst du das Blut? Momentan. Nee, nee, ich brauch kein Blut. Ich benutze ja keine Sachen. Ich benutze Blut für jemanden. Naja, ich benutze dieses, äh... Watered Stitcher momentan. Das wäre... ...dwammschelig hier um die Ecke wieder. Explosion. Schnitten. Explosion. Schnitten. Schnitten. Ich bin Schnitten. Aha. Du bist ein Schnittchen. Ein Schnittchen. Du bist ein Schnitten. Ein Schnitten. Ich bin der Schnitten. Schni-Schnaschnitten. Oh. Schnee-Schnaschnappi. Das ist ja für ein riesen Kaktus. Immer viel Kopf wird reingelegt. Kaka-Kaktus. Sagwaro-Kaktus. Du hast so viel Kopf reingelegt. Hat er. Okay. Dann mach ich da mal eben. Plus. Rony? Hm? Wasser plus? Äh... Warte. Muss ich wieder hingehen? Da ist es. Äh... 238. Ach die fetten, alter. Ähm... Ne, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Plus 489. Sagen nur, dass du irgendwas anderes gesagt hast. Alter Schwede. Oder spawn ich jetzt wisse Skeletten. Okay. Magical of Growth. Ja, wie lange spawnt der, ne? Ah ne, der hat jetzt keine Energie. Keine Energie, oder? Ja, doch. Doch, die Standortenergie. Hä? Ach so, ja, weil das ein Skelett war. Das ist ja kein Wisserskelett gewesen. Weil die heißen... Keine Ahnung warum. Ich nehme ein paar... Ja. Ja. Mach das. So ein komischer Riesen-Kaktus. Kakakaktus. Er größer ist als ein Baum. Okay. Er ist ein Kakakaktus. Kakakaktus. Das Ding ist ja in der Nähe von der Wüste, was du meinst, ne? Ja. Na gucken wie lange dies braucht zum... Bis das gewachsen ist, ey. Scheiße. Ich muss einmal komplett in unseren Gekuckgab. 43 Prozent. Alter Schwede. 29 Prozent. Zängt da. 71. Komm, wird fertig, ey. Ganz ernsthaft. Bist du auch runtergegangen, Toni? Ja, ein bisschen. Aber da unten ist so eine Art Töhlensystem. Ach so. Minen, weißt du? Ausziegesteine und Bricks. Magieweit haben wir auch einen. Stehen. Okay. Hallo. Ein Stück bringen einen Kopf nachhinein wieder. Hm? Nö. Ich bin unten. Hey, hau mich doch nicht, du Arsch. Sollen wir jetzt... Ähm... Mh... Wir machen jetzt einen Nethercube daraus, ne? Äh... Aus was? Es brennt. Aus den Zinsen müssen ja erst Köpfe gemacht werden und dann... Ja, ich hab ja noch 5 Köpfe. Ach, du hast noch 5 Köpfe. Ja, dann lass uns doch einen Nethercube machen. Sollen wir klatschen? Ich weiß, ist mir egal. Ja, sonst kostet das Diamanten. Zwei Diamanten und nen Bogen, ne? Ja. Ja, der Bogen ist jetzt nicht so schlecht. Ja, dann lass uns doch, äh... Herstellen. Ich brauch keine Packeln. Boah, das sind ja fast hier so Frisbee-Scheiben. Okay. Irgendwo sind hier Diamanten hinten in den Kisten. Weißt du, wo das ist? Ja, ich war grad so. Ja, dann hol der zwei Diamanten und fertig. Wie gesagt. Bei uns haben wir auch ein Stehen im Wald. So, wir brauchen das Ding jetzt hier zum Spawn. Oder Spawn-Type auch was. Der hat gar keine Energie, warum krieg ich denn keine Energie. Ach so, weil die Cell fehlt. Ja. Da drüben ist ein Nordblock. Ja, ja. Testation. Ist egal, ich fange schon mal an mit Reactor Casings. Ja, okay. Und hier geht's dann runter. Ist voll der cool, voll der cool Ding, so. Ja, okay. Hier hast du einen Kuchen, den du essen kannst? Ja. Okay, Sink. Du bist ganz woanders, ne? Ja, Uran. Ja, ich bin irgendwo ganz woanders. Patch Blend Iron. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Hm? Wir müssen den klatschen. Warum geht nicht? Das Rezept bist du für peaceful. Oh nein, ey. Scheiße. Ja, okay. Dann geh mal klatschen. Vielleicht kannst du dir noch eine T-Shirt-Boxer bauen. Ähm. Ja, warte. Dann komm ich gleich mit. Dann klatschen wir dir neben. Danke. Wuff. Wuff, 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 wuff. Oh, Toni. Hier geht's auch nochmal weiter. Boah. Nicht ganz. Ähm. Ich muss gerade gucken. Aber hier kannst du runter. Ich muss eben schauen wie viel, ähm. Ah, toll. Rubine ich brauch um das Schwert wieder. Der ist gleich ganz runter gesprungen. Ja. Wie полどう mit. J correct. Danke schön. Da machh eu einfach. Mach ich sache. Ähh... Charpness... Spy? Unbreaking die red car, ich nehme mal das Schwert hier. Ich weiß ein richtig nach kommen. Zombie. Äh, ne. Spinner. They. Da, ne. Ich find mir ein隻illosekmproduct mit. Wo wollen wir den klatschen? Im H2 Im Kürbis Warte, warte Du überhitzt im, ähm, in den Nether manchmal, ne? Nein, wir gehen nicht ins Nether, wir gehen ins H Nein, nein, aber ich überhitze da ein bisschen, ne? Äh, nur wenn ich in Lava einmal reingehe Sonst gar nicht Aber das Maximale, was ich hatte, weil ich in Lava reingegang, waren 6 Ist Kloster und ein Ferner ist mit Cola drin Okay, dann Jetzt hättest du überhitzt immer, deswegen ist das überhitzt auch Hm? Ich hättest du überhitzt ja immer, deswegen hab ich gedacht, du hättest auch Weil ich auch immer überhitzt bin irgendwie Dann hab ich eine Sache draufgehauen, dann ging's Ja Ich überhitzt nicht Kein einziges Stück Ich hab nur noch ein Geilungsteil drin bei mir Wo kommen die Zombies her? Also ne Alter, fick dich doch! Was? Ich wollt den Zombies schlagen Du bist behindert Aaaaaah, klatscht doch hier nix, ey Ich wollt einfach an dem vorbei laufen Ich wollt grad den Zombies laufen Aaaaaah, du bist behindert Ganz ehrlich, jetzt kann ich erst wieder alles einstecken hier Aaaaaah, du hast scheiße gefressen Boah, das Muss man auf die Karte gucken Toni Oh, hier ist ne Dead Feast Drone Was? Ne Dead Feast Drone, so ne Biene Und ne Biene Und ne Biene Drohne Das tut mir weh Das tut mir weh Das ist ja voll cool hier Kann man essen Geige, Alter, boxt du mich Boah, Alter Es ist tatsächlich so was Essen mäßiges Wow Das ist mein Helm Hast du meinen Helm aufgesammelt? Oh, ne? Ne Doch, musst du Wo bist du? Ich Ich bin woanders Mein Helm ist nämlich weg Auf jeden Fall sieht das hier ganz cool aus Muss man zu mir kommen, Toni Ich hab mal genäht an Ich hätte ihn sonst mit dem Inventar Aber bei mir ist das auch ganz cool Bist du denn? Komm mal her zu mir Ich bin hier hinten Einfach grad auch weiterlaufen Hier hinten bin ich Wie hast du hier schon? Guck mal nochmal bitte Ob du nicht im Inventar hast Hab ich grad genau geguckt Toll Helm weg Egal Oh Black Du machst mich noch wahnsinnig Hier Ist hier irgendwo ne Hopper oder so? Guck mal, treten auf die Platte da Nein Nee Hier Hier Ist egal Wenn er weg ist Hier unten Ah ja Na komm Ah ja Okay Was ist das denn? Das hätte normalerweise noch weiter runter gehen müssen Hier gehts noch weiter runter Oh, immer gut die Welt Oh hier Splashrock Deswegen Rechts runter, rechts, 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 rechts Hier Ja, das ist nicht ordentlich gespawnt Das netherrack Ja Ja Ich vergesse Müsste hier irgendwo sein, oder? Ja Ja Warte mal Hast du jetzt vergessen Doch ist da, ist da, ist da, ist da, ist da Ja ist da Weiter, weiter, weiter Muss ein Stück laufen Wollen sie hier unten klatschen? In der Wege, oder? Ja, ja, das runtergehen Was ist das denn für'n Raum Ganz viele Schrott-Items Da bist du drin gewesen Ja Genau Vielen Dank.